Im Februar waren die Kunden des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus wieder in Kauflaune. Wir hatten im Inland einen Plus von 40 Prozent, aber auch im Ausland lief es gut mit plus 38 Prozent. Hier haben einige Großaufträge geholfen. Das ist insofern ein gutes Signal, weil die Kunden offenbar wieder bereit sind, auch größere, länger laufende Investitionen zu tätigen. Die nun schon wieder seit einigen Monaten gut laufenden Auftragseingänge haben natürlich auch Auswirkungen auf unsere Produktionsprognose. Dazu kommt, dass die amtlichen Daten für den Dezember massiv revidiert worden sind. Das heißt also, die Basis, von der wir starten, ist noch etwas höher, als wir es ohnehin angenommen haben. Wir revidieren deshalb unsere Produktionsprognose von plus 10 auf plus 14 Prozent. So erfreulich die aktuelle Entwicklung in unserer Branche ist, wir haben natürlich auch mit Risiken zu kämpfen. Die Euro-Krise ist nicht komplett bewältigt. Im arabischen Raum, in Nordafrika, gibt es Aufstände, die auch Einfluss haben können auf unser Geschäft. Und unbewältigt ist natürlich auch das ganze Thema Japan. Das Ganze ist eine Belastung für die Konjunktur. Wir können noch nicht einschätzen, wie weit sich dadurch Stimmungsindikatoren eintrügen können. Aber wir wissen auf der anderen Seite, die Konjunktur ist relativ robust. Wir gehen in die zweite Phase des Aufschwungs. Europa wird immer mehr nachfragen. In Deutschland wird mehr investiert. Insofern sind wir für das laufende Jahr doch recht optimistisch. Mit fortschreitender Erholung der Wirtschaft mehren sich bei uns auch Meldungen über Knappheiten. Von Ressourcen, von Material, über Preissteigerungen. Das Thema Ressourceneffizienz ist ein wesentliches Thema für uns als Branche. Ich bin der Überzeugung, dass hier viel gearbeitet wird. Wir werden auch viele Lösungen sehen auf der Hannover Messe. Das ist das Thema des nächsten Jahrzehnts. Das Thema Ressourceneffizienz ist ein wesentliches Thema Ressourceneffizienz ist ein wesentliches Thema Ressourceneffizienz. Das Thema Ressourceneffizienz ist ein wesentliches Thema Ressourceneffizienz.